Letztes Jahr hat sich Jason Statham in Spy Susan Cooper Undercover noch selber auf die Schippe genommen. Jetzt nimmt er sich wieder ein bisschen ernster und schlägt um sich herum im zweiten Teil von Mechanic. Trailer gibt es für euch jetzt hier. Der Auftraggeber, den ich vertrete, hat ein Angebot für Sie. Jeder Todesfall muss wie ein Unfall aussehen. Ihre Spezialität, glaube ich. Ich bringe diese Leute nicht auf. Ich warte schon zu lange darauf, mit dir abzurechnen. Du hast 36 Stunden, um alle Ziele auf dieser Liste zu eliminieren. Oder sie eliminieren mich. Es ist kein Eindringling zu sehen, Mr. Adams. Weil er hier direkt vor mir sitzt im Schutzraum, du Pfeife. Ich habe mein Leben lang dafür gesorgt, dass Menschen sterben. Dir kann ich Leben geben. Ich will Ihnen bei der Vermeidung eines Unfalls helfen. Woran denken Sie? An Ihren Tod. Hätte nie gedacht, dass der Tod so belebend ist. Bei einem Actionstreifen mit Jason Statham. Da erwartet die USA, der ganze Zeit spielst du los. ich jetzt nicht, dass es hier eine Oscar-reife Schauspielleistung von jedem Charakter gibt. Eigentlich ist es nur wichtig, dass Dialoge nicht allzu peinlich werden und die Leute irgendwie Bock haben. Jason Statham hat sowieso gefühlt immer Bock, Leute zu verprügeln. Das sieht man ihm einfach an. Die Choreografien sind echt flott und cool und er hat einfach noch so eine Präsenz. Das finde ich bei solchen Filmen extrem wichtig, dass man eine Präsenz ausstrahlt und vor allem der Glaubwürdigkeit. Ja, wir wissen mittlerweile, dass er das kann. Das liefert er ja auch ab. Nicht besonders besser als sonst, aber eben auch nicht schlechter. Eben grundsolide. Die namhaften Nebendarsteller wie Jessica Alba und Tom Lee Jones, die werden eher so zu Randfiguren. Die sind jetzt nicht sonderlich gut gezeichnet. Dementsprechend hat man hier auch keine wahnsinnige schauspielerische Leistung. Jessica Alba tut das, was sie eben am besten kann. Sie sieht sehr, sehr gut aus und kann das eben auch charmant irgendwie verpacken und hat eben eine schöne Ausstrahlung. Tom Lee Jones sieht ziemlich witzig aus, weil er schon ein bisschen verkleidet ist. Aber ja, macht seine Sache so okay. Hat auf jeden Fall spürbar hier mehr Spaß dran als an dem Born-Film, was ich auch so ein bisschen verstehen kann, weil der Film sich an einigen Stellen ja auch nicht selber ernst nimmt. Dementsprechend so Schauspiel, ja, okay. Eigentlich ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen egal. Mechanic Resurrection geht ja eher so als klassisches B-Movie durch, eben was die Story betrifft, Schauspiel und der ganze Kram. Aber die handwerklichen Geschicke, gerade so in den Kampf-Szenen, die sind ja wirklich wieder außerordentlich gut. Es gibt ein paar Momente, da werden sie ein bisschen unübersichtlich, da ist das Bild auch so ein bisschen verschwommen. Aber ich finde gerade so diese großen Momente, ob das die Pool-Szene ist, die mich wirklich komplett begeistert hat, ist geil gedreht, eine ziemlich coole Idee und da auch sehr, sehr konsequent in der Gewaltdarstellung. Also wenn eben jemand stirbt, dann hat er eben nicht nur so ein kleines Loch. Das ist jetzt gar nicht so ein Splatter-Film, sondern einfach in sich schlüssig und konsequent. Und gerade auch auf dem Boot, da gibt es so eine Szene auf dem Boot, da passiert auch sehr, sehr viel, gibt es den ein oder anderen schönen Handgranat-Moment. Das klingt jetzt auch so so nach dem Motto, ja, geil, tot. Nein. Wenn ich aber einen Action-Film inszeniere und dort mit verschiedenen Waffen hantiere, dann möchte ich eben nicht immer dasselbe sehen, sondern dann stellt man eben fest, dass sich die Macher durchaus was haben einfallen lassen. Das mag ich, das finde ich gut. Dementsprechend hat mich der Film auf der handwerklichen Seite für das Budget und für das, was der Film sein soll, insgesamt überzeugt. Mir hätte es ja besser gefallen, wenn Mechanic Resurrection so ein bisschen ehrlich gewesen wäre. Hey, wir haben jetzt nicht wirklich eine Story. Wir wollen ein bisschen rumballern und Spaß im Kino haben. Dabei versucht gerade Regisseur Dennis Gansel am Anfang wirklich so eine Story zu integrieren, die langatmig wirkt, obwohl es nur irgendwie so 15 bis 20 Minuten sind und irgendwie so ein bisschen Fehl am Platz wirkt, weil am Ende wird sowieso nur geprügelt und geballert. Also tut nicht so, als hättet ihr da jetzt so eine krasse Story. Das nimmt eher Tempo raus. Also von mir aus das Ganze irgendwie schnell abhandeln. Das ist ein Film. Da brauche ich es nicht. Und wenn ich eine Story integriere und sage, ich würde gerne so einen wirklich ernst zu nehmen Actionstreifen haben. Ich würde wirklich gerne Story integrieren. Dann braucht man sowieso ohnehin viel, viel mehr. Dann ist es eben nur ein Teil. Die Action hat dann nur ein Teil sein. Hier ist es eben so ein großer Teil. Aber sie ist insgesamt spektakulär inszeniert und niemand, der sich eine Karte für den Film kaufen würde, erwartet etwas anderes, als er bekommt. Dementsprechend ist es so ein bisschen Fanservice, aber insgesamt eben gut produzierter Fanservice. Ein Film, der insgesamt unterhält und das bietet, was man von einem Jason-Statham-Film erwarten kann. Ist insgesamt doch solides Kino. Vor allen Dingen, wenn man sich bei den Actionsequenzen immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten einfallen lässt und eben nicht so diese Standard-Action bringt. Dementsprechend gibt es von mir so leicht überdurchschnittliche, vielleicht so ein bisschen fanmäßig angehauchte 6 von 10 Punkten für Mechanic Resurrection. Jeder, der Interesse an diesem Film hat, wird auf jeden Fall nicht enttäuscht aus dem Kino gehen. Und ich finde, das ist doch auch erstmal schon mal einen Daumen nach oben wert. Wenn ihr was anderes sehen wollt, wie zum Beispiel Mike & Dave Need Wedding Dates. Der startet auch bald in den Kinos. Die Review gibt es direkt unten drunter. Genauso wie Suicide Squad. Der läuft sogar schon. Gibt es oben drüber. Da ist ja auch so ein bisschen mehr Action. Vielleicht ist das eher das, was ihr sehen wollt. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten sehen wir uns hier wieder in der Film Lounge. Macht es gut und adieu. Wir sehen uns hier wieder.